Mama, ich habe Hunger. Ich weiß, ich koche schon. In 20 Minuten gibt es Mittagessen. Was machst du heute? Ich koche Kartoffeln und es gibt Rindfleisch. Dazu Salat. Salat schmeckt mir nicht. Aber Gemüse ist wichtig für Kinder. Na gut, aber ich esse nur wenig Salat. Was gibt es zu trinken? Wir haben Orangensaft und Apfelsaft. Ich mag lieber Apfelsaft mit Mineralwasser. Gut, ich trinke nur Mineralwasser. Mama, ich habe schon solchen Hunger. Mach schnell. Natürlich.